Keiler mit Ketten, der Minenräumpanzer der Pioniertruppe. Es ist ein Ungetüm mit fast 54 Tonnen Gefechtsgewicht und rund 1100 PS Motorleistung der Minenräumpanzer Keiler. Die Pioniertruppe setzt diesen Keiler auf dem Truppenübungsplatz im niedersächsischen Bergen in der Ausbildung ein. Der Keiler arbeitet mit 24 rotierenden Ketten, die auf hydraulisch betriebenen Wellen laufen. Hauptgefreiter Bittner macht zurzeit seinen Betriebsberechtigungsschein. Oberfeldwebel Kluth ist sein Kommandant und Ausbilder. Truppführer Hauptfeldwebel Droppner leitet die Zwei-Mann-Besatzung per Funk und gibt die Befehle zur Herstellung der Räumbereitschaft sowie für den Räumeinsatz. Kommandant und Fahrer der Pionier Lehrkompanie 90 müssen den Keiler im Einsatz und bei dieser Ausbildungsübung in seiner letzten Deckung allein vorbereiten. Vor allem bei den rund 25 Kilogramm schweren Räumelementen ist Vorsicht geboten. Wenn sie an der Kette durchschwingen, heißt es Füße und Beine aus dem Weg. Das sind die Räumelemente, hier vorne. Nennt man auch Elefantenfüße, sehen halt ein bisschen nach einem Elefantenfuß aus. Der Räumwellenrahmen dreht sich so weg, dass es nach vorne weggeschleudert wird, beziehungsweise dann auch die Minen weggeschleudert, beziehungsweise detonieren. Dann sieht man auch in der Abnutzung ganz gut. Hier zum Beispiel die Abnutzung, dass er dann halt hier den Boden einschlägt. Die Bodenfräse mit den rotierenden Räumelementen schlägt eine fast 5 Meter breite Gasse in den Boden. Jetzt beginnen mit Räumvorgang. Komm in! Alle bekannten Arten von Schützen- und Panzerabwehrminen werden vom Keiler mit 98-prozentiger Sicherheit weggesprengt oder zerstört. Da die rotierenden Ketten jedoch alles aufwirbeln, werden Minen unter Umständen auch zur Seite geschleudert oder sie landen je nach Windrichtung auch auf dem Panzer. Sicher ist allein die Räumspur hinter dem Keiler. Auf der dann Fahrzeuge durch die Minensperre in den Einsatzraum gelangen können. Wir können mit dem Keiler verdeckte und offen verlegte Minenräumen bis zu einer maximalen Tiefe von 25 Zentimeter. Das ist möglich. Wir haben unter anderem aber auch einen Oberflächenräumen. Das nennt sich dann 0 bis 5 Zentimeter mit einer Räumgeschwindigkeit. Die Welle dreht sich hier mit einer Räumgeschwindigkeit von maximal 400 Umdrehungen die Minute. Das ist schon sehr viel und das kann halt, wie gesagt, kein anderes Fahrzeug. Es gibt kein anderes Fahrzeug in der Bundeswehr, was das hier dementsprechend diese Leistung hier entwickelt. Die 24 Exemplare der Bundeswehr sind auf Basis des amerikanischen Panzers M48 gefertigt, weil dieser über eine stabile Gusswanne ohne anfällige Schweißnähte verfügt. Die Aufbauten sind Spezialanfertigungen deutscher Hersteller. Platzangst sollten die Soldaten nicht haben, denn das Räumen findet quasi im Blindflug statt. Sie werden von außen per Funk durch die Räumspur geleitet. Die Geräusche und das Krachen der Minen ist besonders für Neulinge eine Herausforderung. Wenn die Luke zu ist, die Enge, da sind sie ja schon dran gewöhnt. Wenn die Räumwelle das erste Mal läuft, ist für die ein Highlight. Das sieht man dann ja auch noch. Nachher, wenn wir im Räumenbetrieb sind, als Fahrerkommandant sieht man eher wenig bis gar nichts. Man hat eigentlich nur das Gefühl, dass das Fahrzeug sich bewegt, arbeitet. Nachher, wenn der Räumenbetrieb beendet ist, ist man eigentlich auch froh, dass man wieder aus dem Fahrzeug rauskommt. Und das sogenannte Ausboten ist eine wahrlich sportliche Leistung. Okay, jetzt hast du hier nochmal ein Bild, was du jetzt auch geräumt hast. Deine Räumstrecke, die siehst du jetzt. Ja, das hast du jetzt hier mit dem System vollbracht. Hier die Räumtiefe 25, das sieht man auch schön an der Tiefe. Jetzt hier ist der normale Boden, ja, der Auswurf, den du hast. Deswegen auch das Abstandsrohr, was immer dazwischen ist. Und hier natürlich jetzt auch die Räumtiefe. Ja, schön eben, auch breit. Ja, das wollen wir ja damit erreichen, dass die Räumspur dann nachher auch für andere Fahrzeuge gangbar ist. Ja, und das hat er auch super hinkriegt. Also es ist gut gelaufen, war eine top Räumspur, da können wir sie so nutzen. Dort, wo ein Keiler seine Spur gezogen hat, bleibt kein Stein auf dem anderen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017